Hallo ihr Lieben, ich bin wieder zurück und fange gleich an mit Alice Madrush Returns. Ich habe jetzt mit Absicht hier im Startbildschirm angefangen, weil ich nicht mehr genau weiß, wo ich stehen geblieben bin. Doch leider weiß ich es schon. Ich weiß trotzdem nicht mehr, wie ich kämpfe. Es könnte jetzt relativ witzig werden. Ich versuche es einfach mal. Schenke der Katze Beachtung, sie bietet guten Rat. So war das. Es bewegt sich ja hier alles relativ schnell. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das mit dieser Pfeffermühle ging. Wie war denn das noch? Wie war denn das noch? Ich weiß es nicht mehr. Ich hätte mir vielleicht dann nochmal die alten Videos angucken sollen. Okay, also ich sterbe. Bei denen gehe ich irren. Das ist wirklich irre. Also... Ja, nein, 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 nein. Oh hä? Ich krieg die. Jetzt wird's kompliziert. Alice kann feindlichen Attacken ausweichen. Und wie? Drücke links der Unfalltaste, um jederzeit auszuweichen. Sogar beim Springen. Wie soll das gehen? Ey! Ah! So geht das. Okay. Wusste ich das beim letzten Mal auch schon? Ich glaube nicht. Naja, kommt. Das ist jetzt wieder so ein Ekelpaket. Na kommt. Wow, die können ja auch... So, hier habe ich mehr... Bist du tot? Okay, tot ist er. Drücke leert hast du... Ne, das will ich ja nicht. Ich will ja nicht überspringen. Jetzt erstmal hoch. Ich traue dem hier irgendwie noch nicht. C. I. Git. Was? Wo? Hilfe? Hier war noch einer. Ja, wahrscheinlich da oben. Da vorne. Und da oben. Verirrt und kein Schimmer vorhin. Versuche es mit schrumpfen, wenn du Pfeilchen... Ist man geschrumpft, wird der schrumpf, sind verborgene Pfahl und... Nääääää. Hä? Hä? Bäh. So. Schrumpfsinn. Ich kann da drüberlaufen. Sehr praktisch. Ja, ne? Man sollte es schon können. Äh, da. Muss ich jetzt erstmal da hin, ne? Ah. Also, wie ihr seht, seht ihr mir beim Sterben zu. Ach, geschafft. Noch eine Änderung. Genau so könnte es passiert sein, Alice. Kannst du dich noch an den armen Mr. Cook erinnern? Ist gestorben, nicht wahr? Dr. Wilson schließt Selbstentzündung aus. Aber ich vertraue Mr. Dickens. Ich hab noch nie Alice gespielt. Ich habe keine Ahnung, wer das alles ist. Ich war in die Nase. Äh. Äh. Ah, so war das. Ne? So. So. Okay, was ist das? Ich hab keine Ahnung. Ja, ich glaub, das da muss ich erst... Ich muss erst da oben hoch, glaub ich. Huch, ganz viele goldene Zähne. So. Und jetzt hier hoch, damit ich da rüberkomme. Wääh. Okay, Seilbahn holen. Wääh. Also so sonderlich behagen tut mir das jetzt nicht. Und die Kaffee-Kanne. Hutmachers Domäne. Die Domäne des Hutmachers. Fast so erinnere ich sie. Äußerlichkeiten, wie du bestens weißt, können täuschen, Alice. Seit deinem letzten Besuch hat sich vieles verändert. Doktor Bambi sagt, Veränderung sei konstruktiv. Und anders sei gut. Anders an sich ist weder gut noch schlecht. Ganz sicher bedeutet es nicht dasselbe. Finde den Hutmacher, Alice. Er weiß mehr... Da ist ein Hühnchen. Aber weiß er auch mehr über den Unterschied zwischen... Wow. Wow. Äh. Angst? Ich will nicht aussteigen. Ich will nicht aussteigen. Typisch. Vielleicht in der Verfall kommt wieder. Och, nö. Ich hatte schon elegantere Auftritte. Ich kann von Glück reden, dass noch alle Knochen heil sind. Hm. Manche Luftströme müssen durch Ventile aktiviert werden. Okay. Auf dem Luftström kannst du Alice drehen. Okay. Drücke Leerttaste zum Verlass des Luftströms. Dann bewege ich einfach sie mal raus. Ähä. Auch hier bin ich gerade angekriegt. Weißt du noch, wie ein Dampfstoß dir dein Kleid bis zum Hals hochgepustet hat? Direkt vor Harrods. Ein Glück, dass deine Unterwäsche gerade frisch gewaschen war. Äh, ja. Ich höre hier irgendwo ein Schweinchen. Was ist denn das Schweinchen? Ich sehe das nicht. Ventil. Oh, nö. Äh, T. Ich sehe das nicht. 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 Ich kann die Mann auch so erleben. Achso, da muss ich rüber. So schrumpfen. Achso, da muss ich rüber. Achso, da muss ich rüber. So, das hätte ich jetzt geschafft. Und jetzt? War nicht geplant. Okay. 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 Verstehe ich nicht. Da! Alles klar. Wusste ich doch, dass ich den irgendwo gehört hab. Besser. Nein! Ach, nö! Ach, nö! Ach, nö! Tschüss! Ach, nö! Ach, nö!